hallo und herzlich willkommen zurück zu was schwebten da hinten in der luft also nicht zurück zu was schwebt da hinten in der luft sondern 169 meter ich muss näher ran wende machen wo bin ich nicht will dahin muss ich auch in die richtung laufen soll ja mal ganz schlau bei 17 meter 43 meter 37 meter siehst du gehst mir jetzt auf die nerven ich sehe sie schon die rio mit sophie ich ja weniger schaden je mehr gegner in der nähe sind dafür sind wir diese platter viecher eigentlich gar nicht mal so verkehrt so punkte krieg ja sowieso keine mehr wo waren jetzt noch der andere typ warte mal minzpilzfleisch oder ok wenn ich hier runter glaube nämlich nicht so lasst mich ich gehe mal kurz nach hause ok schon wieder nacht gleich oder ist schon noch warte wer holt mich hier was willst du von mir blutsbande sie würde mich wachen mal jetzt eine neue geschichte getricht flammen blutsquests habe ich nicht super ok jetzt gucken wir charakter fähigkeiten sechs punkte wo nehmen wir denn da was nehmen wir denn da was ist das bei händige waffe benutze ich nicht hätte gerne mehr krit schaden aber wie mache ich das was ist das wächter weniger magie schaden kostet allerdings drei punkte kommen wir hier noch hey mana brauche ich nicht zu erzeugen das ist blöd die stärke wäre noch mal gut noch mal stärke ja kommt nehme ich dann ist das wenn der verbündete die aufmerksamkeit des feindes auf sich zieht gilt das auch für mich ok nee das ist für verbündete eine stärke ist einfach nicht so das da ist ja alles mehr spieler ja komm ich nehme dich und dann nehme ich nochmal dich und dann sind sie weg ok das ist doch ganz gut so wie kann man jetzt ins bett gehen wir können ok was haben wir da noch so am start da ist noch mal eine wurzel hier ist eine wurzel wo ist die denn so wo kommen wir denn am besten hin da ne da würde ich das mal als wegpunkt setzen und dann gehen wir da hin und dann gucken wir so wie was haben wir noch fleisch haben wir auch noch voll gegen den bottig gelaufen oder die wurzel sein da hinten da ne da ne hallo wie 250 meter jetzt habe ich noch gar geiern ne ich will nicht kämpfen lass mich bin ich übers ziel hinaus geschossen gut möglich ziemlich sicher sogar manchmal stimmt das hier mit den entfernungen meiner meinung nach braunich hier dürfte es sein ja ist klar da ist es doch da ist es doch komm du mal her müsste ich erst kaputt schlagen also ich erst kaputt ich noch dazu kommt warte 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 wer ballert hier was hast du davon selber schuld so wer schießt hier noch du hässliches gerät werden hier auch nicht weniger hier na 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 dumme tinformation tsch 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 v So nicht Wie, der hat nur Fetzen dabei Ohne Fetzen Ohne die hier Offensichtlich So, der ist schon der Nächste Ach, das ist so ein Ah, so ein Typen-Spawner Okay Ja, dann Tschüssi Was machst du denn da unten? Hä? Wo ist er hin? Abgestürzt? Dann ist er halt abgestürzt Okay Wo geht's weiter? Hier, ne? Dann schauen wir mal Gibt's zwei da hinten? Dann mehr als einen Fähigkeitspunkt? Mann, ich guck mal Äh Fähigkeiten Ne, es gibt immer nur einen So Das Ding ist da Nicht Ping senden Na, jedes Mal das gleiche Problem Ähm So Wollte ich da nicht Schon mal hin Und hab's nicht gefunden Weil das Da oben drauf ist Oder so Hm Hm Ja, Wasser geht noch nicht Aber Fleisch geht Okay 194 Meter, ne? Sieht aus, als wenn's hier Oben wäre Aber Da hatte ich mich Ja, schon mal gefragt Wie ich da hinkomme Möglicherweise Und das war damals auch die Frage Geht's hier irgendwo lang? So Ich da hochkomme Wollte ich ja schaffen Oder auch nicht Mist, schaffe ich nicht So 79 Mädel Hm Wollte mal Ich bin da jetzt Ja, hier bin ich. Rauf. Was macht denn? So ein Punkt da oben. Also ich muss nochmal hier hoch, oder? Ja, muss ich. Ah. Oh je, oh je. Skorpiens? Äh. Irgendwo rechts von mir? Ich verstehe es nicht. Ich bin ja jetzt ganz hier oben. Und ich gucke in die Richtung. Was müsste? Da ist so eine Brücke. Muss ich da drauf? Aber das sind noch meistens hier die... Miasma-Dinger. Ja. So. Natürlich hat er mich schon einmal... Alles gut. So, 16 Meter. 3, 2, 1, Standort unten. Kann ich es sehen? Wo genau? Hier geht es echt tief runter. Standort unten. Direkt unter mir, ne? Hier ist doch schon wieder rot. Rot gefällt mir nicht. Oh, mein Leben. Das ist nicht so prickelnd. Das ist nicht so prickelnd. Standort unten. Wieder einmal Standort unten. Okay. Direkt unter mir. Aha. Sehe ich es denn? Nein, tue ich nicht. Wehe, da steht jetzt Standort oben. 18 Meter. 29 Meter. Wie mit dem blöden Drachen, ne? Den hatte ich auch lange nicht gefunden. 21 Meter. Hallo. Wo soll denn das? Hilfe! Warte mal, hier ist ein Weg. Ich gehe jetzt den Weg lang. Ja, hier sind es 40 Meter. Was muss hier sein? 34, 33, 33, 31 Meter. Na ja, hier komme ich nirgends hoch. Witzig, 41 Meter. Jetzt ein 30, 35 Meter. Ist das hier über mir? Das wäre echt gemein. Ja, aber wie hier hochkommen? Das ist ein Rissen in der Wand. Hier geht nix. Okay. Muss ich doch irgendwie außenrum, oder? Warte. Ist hinter mir. Also da in die Richtung vielleicht. Boah, da kam ich doch her. Gibt hier bestimmt irgendwo eine versteckte Höhle, die ich jetzt gerade nicht finde. Und das muss im Miasma sein. Alles andere habe ich ja. Gibt es hier eine Höhle? Nee. 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 Hier sind Drachen, aber das ist nicht das, wo ich hin muss, ne? Ältere Damm, hier weich. Ja, das hatte ich schon mal hinter mir. Jetzt mal ganz ehrlich. 230 Meter in die Richtung. Wo ist denn das Ding? Okay, hier ist schon mal. Guck mal, ist das eine Höhle? Wo oben? Au. Au. Das hat wehgetan. Das kann ich mir vorstellen. Nee, hier geht's nicht hoch. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch suchen sollte. Beim Miasma ist ja nicht oben. So, 10 Meter. Wacht er mal hier. Fünf Meter. Fünf Meter. Hier ist nix. Ich seh nix. Standort unten. Ah, okay. Gut, Standort unten. Da war ich doch richtig. Es muss hier unten sein. Unten muss es irgendwo eine Höhle geben. ne, ne, frechheit. ne, frechheit. ich laufe jetzt einmal um berg rum naja hier ist wohl eher nicht über das drachenei und wieso sind die noch mal da kann man die immer wiederholen wissenschaftliche instrumente geklaut was soll's blöder drache hat er nicht gemerkt was ist das denn für eine struktur das ist effektiv die man nicht auf den senkel kommt man hier irgendwie hoch und das könnte man kaputt schlagen ist aber nichts drin oder auch roter stoff oder stoff papier oder stoff und papier gefunden ist gut selber stoff grüner stoff ok ja zinnbaren aber ich möchte hier genau hoch knochen genau das was ich gebraucht habe mach ich halt all das was ich gar nicht machen wollte die sachen kaputt schlagen viele knochen ja gut ich finde es nicht ich werde hier noch mal ein bisschen looten bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns dann beim nächsten mal guck mal hier geht es ein stückchen höher war es dann aber auch die sind das sowieso leer die waren ja zu warte wartet das würde ich gerne noch ausprobieren ob man da durchkommt weil da oben scheint irgendwie licht durch die sind ja da hat licht durch geschienen da in der Ecke, jetzt nicht mehr schade hätte ja sein können, dass da was drin ist, okay vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, gehabt euch gut und tschüss